Herausforderung starten. Zerstörungswut. Waffe wechseln. Können wir das? Ich will irgendwas, weiß ich nicht. Wir können nix anderes nehmen. Scheiße. Na gut. Starten wir mal. Ich will hier mit dem Raketenwerfer Bom, Bom, Bom. Alles zerbomben. Wollen wir einen Panzer? Apropos Panzer. Gibt's hier irgendwo Panzer? Oder Helis. Helis ist noch besser. Am besten der fette Heli. Da ist er doch. Dann ist auch der fette Heli. Na also. Warum hat der die Farbe Die Farbe von den anderen. Von den Gegnern. Oh egal. Kann man das neu starten? Wir starten mal grad neu. Ich wollte f drücken zum einsteigen. Aber er steigt mit f nicht ein. Er wirft da lieber ne Granate. So ein Heli wär ned schlecht ne? Ach guck mal da ist ja einer. Dann nehmen wir den mal. Hm. Warum hat der Heli die Farbe von den Gegnern? Egal. Wir nehmen ihn trotzdem einfach. Das macht nämlich gar nix. So jetzt äh. Steigen wir mal in diesen Heli ein. Jo das sieht gut aus. Ja und dann startet bei erster Zerstörung. Jetzt muss ich noch mal gucken. Achso so war die Steuerung. Warte mal. Ja doch. Maus und Tastatur. QE war nix. E ist aussteigen. Gut als ich das nicht gedrückt hab. Ähm. Gut. Ich hab irgendwo Tanks gesehen. Da zum Beispiel. Da ist ein schöner Tank. Da auch. Zwei sogar. Dann machen wir einfach mal diesen hier. Und diesen hier. So. Da ist ne Satzschüssel. Schnauze. So hier wird nicht im Fernsehen geguckt. Äh. Hier ein alter Heli. Da hab ich ein Strom. Okay. Soweit so gut. Einfach. Komm. Einfach reinkommen. Wir haben irgendwo einen Treibstoff Tank erwischt. Keine Ahnung wo. So. Hier rüber dürfte auch noch. Da ist noch was. Guck mal. Da. Weiter geht's. Da ist auch nochmal so ein Treibstoff Tank. Tank. Na also. Das war er. Hier ist so ein altes Boot. Tschüss. Oh. Kein Treibstoff. Egal. Nehmen wir diese. Ah. Guck mal da. Das da gibt doch den richtigen Knall. Na also sag ich doch. Riesenfeuerball Jungen gibt. So. Hier die Dinger knallen auch nochmal gut. Ach wir haben ja schon alle 5 Zahnräder. Da brauchen wir eigentlich fast gar nicht weitermachen. Aber hey. Wenn wir noch dabei sind. Zerstören ist immer schön. Gut. Gut, gut, gut. Langstreckenradar brauche auch keiner. Hier wird nicht kommuniziert. Oh. Guck mal da unten. Yeah. Okay. Das war's. Oh. Guck mal. Da steht noch was. Was wir zu treffen. Hä? Stand da überhaupt was? Okay. Wir haben noch einen Multiplator offen. Konservator. Oh. Bin ich gerade aus der Militärbasis geflogen. Naja. So. Behalten wir den Heli. Schön wär's ne? Verlassen. Naja. Wir behalten den Heli natürlich nicht. Warum auch? Kein Heli. Da sind noch zwei Fragezeichen. Hier ist noch etwas was wir nicht gemacht haben. Wir könnten eigentlich grad die zwei Fragezeichen da mitnehmen. Dann hätten wir das Ding hier abgeschlossen. Ich weiß gar nicht wo wir als nächstes hin müssen. Aber wir haben noch einiges vor uns ey. Ich muss mich jetzt mal ranhalten ne. Ähm. Ja. Oder sollen wir einfach da hinfliegen. Wind. Hier. Komm. Hier können wir eine Schnellreise machen. Mal mal so. Komm. Was soll der Geiz? Wir gönnen uns erstmal einen Bingsuit Flug. Achso. So. Herausforderung starten. Da können wir auch von hier machen. Da muss man extra zum Heli laufen. Und start. Okay. hoffentlich kriegen wir das genauso hin wie eben die zwei. Wobei wie eben der. Der war am besten. Ja. Der sieht gut aus. Dann wollen wir mal. Okay. Meine Damen und Herren. Es geht los. Wir fliegen Richtung Boden. Oh. Wir bleiben einfach hier auf der Strecke. Ah. Nur ein großartig. Scheiße. Das war ein Perfekt. Und plus äh. Und plus äh. Kombo Ring. Äh. Bonus Ring. Kombi. Dings. Scheiß. Nochmal perfekt. Nochmal perfekt. Nochmal perfekt. Wunderschön. Das war nicht wunderschön. Scheiße. Mann. Was soll denn das? Kingen wir mal hier durch. Ah. Jetzt kriegen wir noch ein paar Bonusringe. das versch squid. Paar an. Mümmer. ž Für noch rechts. Nur ein großartig. Oh Gott. Hey Bonus Ring. Ui. Boéro World Warp. guide mı. Bin ich mir nicht sicher. ich glaube wir haben es geschafft ich glaube wir haben es geschafft nein wir haben es nicht geschafft okay wir müssen nochmal ich könnte wetten wir haben 70.000 Punkte gebraucht 65.000 wir fliegen noch einmal nur fliegen ist schön ich mache das auch ein augenblick so wenn sie es offen wir springen und tschüss soweit so gut ich würde sagen wir fliegen jetzt einfach mal hier lang warum auch nicht einfach weil wir es können ja moment wir sind hier oben lang ja genau ist hier durch diesen ring hindurch optimal so zwei zahnräder sind uns sicher jawohl na das sieht doch noch was aus gehen wir noch mal hier durch da gehen wir noch ein paar bonus zahnräder äh bonus ringe besser gesagt jawohl perfekt so drei zahnräder mal sicher nein das war nur ein großartig das ist ja furchtbar ich glaube hey wieso warum ist er so ich brauche mehr punkte und nur ein großartig leck mich am Arsch sind wir vielleicht zu langsam ist wieder schneller durchfliegen ich weiß leider nicht ob das was ausmacht wir versuchen es noch einmal und go diesmal flieger fliegen wir wieder geradeaus ich versuche jetzt mal ein bisschen bisschen mehr geschwindigkeit in die sache zu bringen ob das funktioniert kann ich leider nicht versprechen aber nur ein großartig verdammt da unten ist das ziel wir haben jetzt gleich vier sterne ich weiß nicht ob wir den fünften wieder gehen oder diesmal kriegen weil wieder stimmt er gar nicht wir hatten den ja noch gar nicht also wir haben ihn auf jeden fall angekratzt aber ich glaube ach man ey noch einmal letztes mal wenn man das jetzt nicht schaffen dann ist das ebenso dann bleibt ich halt eben bei vier Zahnrädern und go go riko 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 go eben als ich die Abzweigung genommen habe da wusste ich leider nicht wo ich da genau lang muss ich weiß nicht ob ich da jetzt ein Ring äh ausgelassen habe kann ich leider nicht sagen ich weiß nicht gerade noch so ein Perfekt da auch gerade nur so das war gut genau durch die Mitte Elektro Titte ich weiß nicht wo wir eben angefangen sind bei der ersten Runde keine Ahnung wir fliegen einfach hier lang das sieht gut aus hier haben wir viele Ringe gerade so noch die Mitte bekommen gerade so noch die Mitte bekommen wir fliegen da weiter ja wir präuchten noch mal bisschen Schub ach verdammt ey nur ein großartig oh scheiße wir brauchen Schub Mist auch nee ey wir hatten am Ende zu wenig Schubs und hätten wir es geschafft ey ohne Witz 64444 ohne Witz scheiße och man komm ein letztes Mal noch du mir leid du mir leid das ist dieser Ehrgeiz kennt er bestimmt auch nur noch einmal nur noch einmal dann wird zwei Stunden später ja nur noch einmal jetzt habe ich nicht aufgepasst weil da draußen ist jemand gelaufen neu starten wiederholen springi das sieht gut aus sieht auch gut aus der erste Bonus Ring direkt verkackt oh man nee ab durch die Mitte fliegen hier auch wieder dort lang ach verdammt ey oh man hm hm nee das hier kann eigentlich kein 5 Dinger mehr werden da wir haben jetzt zu viel ausgelassen hm hm ich versuche es mal da anzudocken ach wieder nun großartig und hier auch was ach man jetzt ohne Witz ne ach man jetzt ohne Witz ne ja nee der Drops ist gelutscht und das funktioniert nicht mehr und weißt was jetzt ist mir wurscht weiter tschüss wir müssen noch ans Land da sind wir nun Fernschuss ja irgend so ein Typ hat mich gerade besiegt wir haben noch so viel Zeichen das haben wir schon das haben wir schon das haben wir auch schon wo ist denn unsere Hauptmissionen eigentlich aber wir müssen auch Provinzen befreien damit wir was machen können wir könnten eigentlich sieh mal Leon wir könnten eigentlich n was ist denn hier noch warum ist das denn noch eingekesselt hier muss noch irgendwo was sein was wir noch nicht gefunden haben ich würde mal sagen hier irgendwo aber wir könnten uns jetzt trotzdem mal ein Heli schnappen und dann hier mal aufräumen das da und hier irgendwo muss auch noch irgendwas sein das machen wir mal Moment 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 So, ähm, sorry, gerade mal, wie gesagt, einen Helikopter schnappen, Fahrzeug, äh, Militär, fürs Gelände, klassische, Helikopter. Ich würde gerne diesen hier haben, aber wir haben den einfach nicht frei. Das ist doof. Militärbasis gesperrt. Vielleicht kriegen wir den gleich. Let's go. Wir holen uns noch hier so'n Vieh. Nicht. Weiß was, komm. Gib mal ein Heli. So, hallo Hedi, du bist mir. Lass uns fliegen. Äh, gerade noch einen Wegpunkt setzen. Wir müssen nämlich genau hier hin. Wegpunkt setzen und go.